Ihre Experten für steuerliche und juristische Fragen. Rechtsanwalt Dr. Andreas Jäger von der Kanzlei Dr. Jäger aus Reutlingen und Rechtsanwältin Silke Kurz aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz aus Eningen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Forum Rechtklar. Wir alle haben eine vage Ahnung, wie man im Auto telefonieren darf, wann nicht, aber wann darf ich das Handy in der Hand haben, wann besser nicht. Das wissen wir nicht so genau, deswegen sprechen wir heute im Rahmen des Themas Handy im Straßenverkehr und geeinte Folgen mit Herrn Rechtsanwalt Christoph Mayer drüber. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Steck. Und beginnen wie immer mit dem Einspieler zur Verdeutlichung unserer Ausgangssituation. Hugo H. ist selbstständig und geschäftlich viel mit seinem Auto unterwegs. Die Zeit, die er im Auto verbringt, nutzt er, um Gespräche mit Kunden zu führen. Im vergangenen Jahr ist Hugo H. bereits dreimal von der Polizei erwischt worden, wie er mit seinem Handy am Ohr telefoniert hat. Zwischenzeitlich hat Hugo H. sein Fahrzeug mit einer Freisprechanlage ausgerüstet, um weiteren Bußgeldern zu entgehen. Während Hugo H. in der Innenstadt an einer roten Ampel steht und ein wichtiges Telefonat führt, erhält er über sein Handy eine SMS. Sein Fahrzeug ist mit einer Start-Stop-Automatik ausgestattet und der Motor ist ausgeschaltet, solange er an der Ampel steht. Als er die Nachricht sieht, nimmt er sein Handy kurz auf, bemerkt jedoch im Augenwinkel das neben ihm stehende Polizeiauto. Erschrocken legt er das Handy beiseite. Die Ampel schaltet auf grün und Hugo H. nimmt den Fuß von der Bremse, woraufhin der Motor startet. Wie es kommen musste, wird er sogleich von den Polizeibeamten angehalten und mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe sein Handy unerlaubt benutzt. Die Post von der Bußgeldbehörde überrascht ihn. Gegen ihn wird ein Bußgeld verhängt, ein Punkt im Fahreignungsregister eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Herr Mayer, was ist in einer solchen Situation zu rechnen? Na ja, zunächst ist es mal wichtig, die Rechtsmittelfrist zu wahren. Gegen Bußgeldbescheid kann man innerhalb von zwei Wochen nach Zugang Einspruch einlegen. Ansonsten wird der Bußgeldbescheid rechtskräftig. Den kann man sich in der Regel nicht mehr dagegen wehren. Und das ist zunächst der erste wichtige Schritt. Hat unser Protagonist überhaupt eine Chance? Denn er weiß doch ganz genau, dass man das Handy während des Autofahrens nicht benutzen darf. Ja, in unserem Fall sieht es für unseren Protagonist sogar ganz gut aus. Im Grundsatz ist es richtig, man darf, während man ein Fahrzeug führt, das Handy nicht benutzen. Man muss sich aber, wie so oft im Recht, das Gesetz genau anschauen. Denn es ist nämlich geregelt, dass man, wie gesagt, während man das Fahrzeug führt, das Handy nicht benutzen darf, weil man es dafür in die Hand oder aufnehmen muss. Herr Mayer, in unserem Fall wurde aber das Fahrzeug durchgeführt und das Handy in der Hand gehalten. Ja, wobei das ist noch ein bisschen ungenau. Also er stand an der roten Ampel, als er das Handy in die Hand genommen hat. Damit kann er sich jetzt noch nicht entlasten. Das Gesetz sieht aber weiter vor, dass es eben nicht Bußgeld bewährt ist und keine Ordnungswidrigkeit, wenn der Motor ausgeschalten ist, solange das Handy benutzt wird. Jetzt hat das Fahrzeug in unserem Fall eine sogenannte Start-Stop-Automatik gehabt und der Motor war ausgeschalten, als er an der Ampel stand. Das heißt, das ist grundsätzlich keine Ordnungswidrigkeit. Das wurde jetzt relativ aktuell auch von einem Gericht so entschieden. Ob das Bestand haben wird, bleibt auch zu werden. Aber derzeit ist es so, wenn der Motor ausgeschalten ist, auch im Rahmen der Start-Stop-Automatik, kein Bußgeld. Das heißt, kann sich unser Protagonist also damit herausreden, dass er das Handy nur benutzt hat, solange der Motor abgeschaltet war? Ja, also er muss jetzt im Bußgeldverfahren oder auch später im Gerichtsverfahren dann darlegen, dass sein Fahrzeug eben über eine solche Start-Stop-Automatik verfügt. Und dann wird ihm im Zweifel ein Verstoß nicht nachweisbar sein. Außer die Polizeibeamten könnten bezeugen, dass der Motor gelaufen ist, als er das Handy in der Hand hatte. Reicht es für einen Verstoß aus, wenn man das Handy nur in der Hand hat? Nun, grundsätzlich ist es nicht ausreichend, wenn man das Handy nur in der Hand hat. Man muss es, so sieht es das Gesetz vor, man muss das Handy benutzen. Wobei die Rechtsprechung ist da sehr umfassend dazu. Das heißt, dieses Benutzen wird sehr weit gefasst. Darunter fällt nicht nur das Telefonieren oder das übliche SMS-Schreiben, sondern es fällt auch darunter das Ablesen der Uhrzeit, das Versenden einer Textnachricht oder die Benutzung des Handys als Diktiergerät. Das alles ist verboten, wenn man das Handy dafür in die Hand nehmen muss. Heißt, wenn man das Handy nicht in der Hand hält, bekommt man auch keine Probleme? Grundsätzlich ja, aber in der Praxis ist es oft zu einfach. Es ist natürlich prinzipiell erlaubt, dass man das Handy, wenn man es nicht benutzt, in der Hand hält und beispielsweise einfach nur von A nach B liegt. Aber man wird in der Praxis Schwierigkeiten haben, einem Richter plausibel zu machen, dass man das Handy tatsächlich nur von A nach B gelegt hat, wenn man dafür keine plausible Erklärung hat und es nicht benutzt hat. Und sobald man es von A nach B legt und beispielsweise noch die Uhrzeit abliest, ist es wiederum eine Ordnungswidrigkeit. Nun, andererseits gibt es auch eine aktuelle Entscheidung vom Oberlandesgericht Hamm, das ausgeführt hat, dass es keinen Verstoß darstellen würde, wenn das Handy jetzt als Wärmeakku an ein schmerzendes Ohr gehalten wird. Aber das ist natürlich im Zweifel eher sofort zu verstehen, als dass jemand eine Ausfluchtsmöglichkeit sucht. Und das dem Richter glaubhaft zu machen, ist eher schwierig. Im konkreten Fall haben die Richter es nicht geglaubt. Mit welchen Folgen müsste man bei einem Verstoß rechnen? Nun, Anfang 2014 sind die Bußgelder erhöht worden. Bei Autofahren beträgt das Bußgeld in zwischen 60 Euro, bei Fahrradfahrern 25 Euro. Bei Fahrradfahrern heißt das, dass die Handybenutzung auch beim Radfahren verboten ist? Ja, das ist, denke ich, vielen nicht so richtig bewusst. Die Straßenverkehrsordnung spricht von Fahrzeugen. Und auch ein Fahrrad ist ein Fahrzeug, nur eben kein Kraftfahrzeug. Aber auch beim Fahrradfahren ist es verboten, das Handy zu benutzen. Jetzt ist vielen Zuschauern sicher nicht bewusst, dass neben dem Bußgeld es auch noch einen Punkt kostet. Ja, das ist richtig. Und seit der Punktereform im Jahr 2014 hat sich die Situation auch noch mal verschärft. Früher musste man den Führerschein erst bei 18 Punkten abgeben. Inzwischen reichen schon 8 Punkte. Und dadurch gewinnt dieser eine Punkt natürlich verhältnismäßig stark an Gewicht. Herr Mayer, wie ist es mit dem Fahrverbot? Kann ich tatsächlich wegen eines so geringen Verstoßes ein Fahrverbot kriegen? Ja, also grundsätzlich ist der Verstoß für sich genommen natürlich relativ gering. Aber letztlich macht es die Summe. Das heißt, wenn jemand schon in der letzten Zeit mehrmals wegen dem gleichen Verstoß auffällig geworden ist und ein Bußgeld bekommen hat, dann kann die Bußgeldbehörde ein Fahrverbot verhängen. Weil man dann eben sagt, es ist ein beharrlicher Pflichtenverstoß. Und der Autofahrer lässt sich durch ein Bußgeld nicht mehr zu einem ordnungsgemäßen Verhalten bewegen. Und die Bußgeldbehörde sagt dann, jetzt ist ein Fahrverbot erforderlich. Das heißt, für unseren Protagonisten würde relativ viel auf dem Spiel stehen. Aber wie gesagt, die Chancen sind gut, dass er erfolgreich gegen den Bußgeldbescheid vorgehen kann. Zusammengefasst und abschließend gefragt, was ist unseren Zuschauern zu raten? Nun grundsätzlich ist es natürlich immer besser, das Handy während der Autofahrt überhaupt nicht in die Hand zu nehmen und zu ignorieren. Letztlich kann kein Telefonat so wichtig sein, dass man einerseits das Bußgeld und die damit einhergehenden Folgen in Kauf nehmen sollte, von schlimmeren Unfällen etc. einfach mal abgesehen. Es kommt immer wieder vor, dass man auch zu Unrecht belangt wird. Und dann gilt es natürlich, Rechtsrat einzuholen und vor allem die Rechtsmittelfristen zu wahren. Denn ansonsten kann man nichts mehr machen. Vielen Dank, Herr Mayer. Sehr gerne, Herr Steck. Liebe Zuschauer, am besten das Handy im Auto sozusagen nicht in die Hand nehmen, aber dann auch nicht verzweifeln. Es gibt tatsächlich differenzierte Möglichkeiten, wie man damit genau umgehen kann. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen bei Forum Recht. Passen Sie gut auf sich auf. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.